Hallo und willkommen zum 16. Part von Let's Play Markat macht den Lachs. Jetzt machen wir die Räuber und Gendarm Sache eben. Da ist eine Gruppe die Räuber und eine andere die Gendarme eben. Die Räuber müssen fliehen eben vom Gendarmen eben. Und wenn alle Gendarmen die Räuber gefahren haben, dann gewinnen die Gendarmen eben. Wenn die Räuber in der Zeit entkommen sind und nicht gefahren wurden, dann gewinnen die Räuber eben. So, ich gehe jetzt mal zu den Bösen gehe ich, okay. Im Dachenpalast eben. Ja, die Roten sind eben, ja, die Guten eben und die Gauen sind die Bösen, oder? Du hast den Ernst rum, ich weiß nicht mehr. Die Blauen sind die Bösen und die Guten sind die Roten eben, genau. Da ist die schon da neben. Nein, nein, nein. Aha. Okay. gigantic. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ach komm schon, ach man, mach Platz, ich will hier rumfahren, mach Platz, danke. Wir sind nur noch zwei, ich muss die anderen befreien, wir sind nicht die anderen, aber das ist es. so knapp Nein, nein, nein. Ach, Mann. Nein, halt durch. Halt durch mit Heimer und... Oder Donkey Kong, befreit uns wenigstens, befreit uns wenigstens. Mann, Donkey Kong, befreien uns jetzt nicht mal. Befreien uns jetzt nicht mal. Aber Donkey Kong, los. Was macht denn der draußen, ehrlich, Mann? Der wird nur blöd herum, ehrlich, Mann. Wer macht denn hier was? Na gut, es hilft jetzt. Wir haben gewonnen, genau. Wir haben gewonnen, gut. Und hier geht es um der Mondkolonie eben. Und hier geht es um der most. Vielen Dank. 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 Ach komm schon. Nein, Donkey Kong. Du musst dich wieder retten. Los, Donkey Kong. Nein, Donkey Kong, bitte. Ich weiß nicht. Jetzt ist es mir alles geben. Jetzt ist es mir alles geben. Ich bin... 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 Ich bin...